meine sehr verehrten geisterjäger sind mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen ray ist zu dir gestoßen durchsucht mit ray den friedhof um den mandala knoten zu finden eliminiere alle paranormalen entitäten gut wir müssen entitäten okay wir folgen das haben wir ja schon mehr oder weniger gemacht das problem ist ja letztes mal war er abgeschmiert und moment ich muss mal ganz kurz hier auf den anderen links gehen weil letzten meister er hängen geblieben der gute ray nicht glücklich darüber dass wir hier sind ja wir machen uns erstmal ein bisschen platz hier vorne okay ich muss entlüften im moment okay so ich bin jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen ist muss erst mal wieder reinkommen und war hier irgendwas ich glaube irgendwie nicht mehr kommen wir hier irgendwie durch wir gehen wir hier rein wir gehen hier rein okay die kümmer schön wegschießen machen wir sind mit freien platzen das eine gute sache okay du hast sie auch gesehen oder ja ja er hat sie sich für geschickt los verteilen und flankieren okay ich muss es halt noch mal spielen die leute und wir hoffen dass es jetzt nicht abkackt das müssen wir vor allem gucken dass wir das radies man nicht hängen bleibt das kennen ich habe jetzt hier kein bock zu scannen nicht mehr hey aufpassen ja ja ray pass mal auf wo 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 okay 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 diese verdammten grabsteine so pass mal auf an dem ist glaube ich so wusste falle erst in der falle da ist eine falle ich sehe eine falle aufgestellt das ist cool super noch einer so verdammten grabsteine die sind echt krass so entlüften entlüften sondern wir müssen uns den packen mit welch sich den nicht packen weil ihr wisst ne letztes mal ist der radon die kollegen hängen geblieben mehr oder weniger so dass man auf ach scheiße ich ja die menschen fast kaputt aber ist ja was ja was ja was ja was ja bleibst du wohl bitte mal stehen kollege so pass mal auf jetzt kommen sie verraten ja ja wo ist die falle wo ist die falle wo ist die falle jetzt auch nicht auf die falle wieder eingesetzt und mach mich mach mich fit mach mich fit so diese verdammten grabsteine die sind echt penetrant die greifen an und hast du nicht gesehen wo ist es da okay so ich glaube wir müssen jetzt können wir ray mach das mal zu da mach das mal das ist ein portal das müssen wir zu machen ich muss ganz kurz entlüften so pass mal auf wir gehen mal ganz kurz auf grün die grün so machen wir das portal zu weil ray macht das ja nicht zu irgendwie ne so pass mal auf den grünen kriegen wir auch mit den grünen ganz viel weg wir müssen das portal auf jeden fall schließen sonst kommen die typen immer wieder ne so pass mal auf jetzt ich hab einen glüfter jetzt gehe ich wieder auf das andere ray ray wo ist da ist er den dürfen wir vor allem ne wo ist deine falle ray wo ist deine falle ja wo ist deine falle da ist die falle ich sehe sie ich sehe sie ich sehe sie genau jetzt rein damit rein damit rein damit super war das der letzte weil ist das der an dem rail ist mal hängen geblieben ist okay sagt die paar falle wieder ein das ist gut ok 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 müssen wir 10 so nur den und wir sind vibrieren es ist hier voll am ab vibrieren er verdammte scheiße ich gehe mal in die richtung ich glaube das ist nicht ein paar bücher ok schön da müssen wir glaube ich nicht rein wir setzen das das pkw-meter noch mal auf all right ok wir gehen mal hier her artefakt moment artefakt arte arte artefakt wo ist mein artefakt ich will meinen ich brauche es zwar nicht mehr unbedingt so kohletisch wir sind wir echt da 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 was ist es was ist es ein luftballon verfluchtes artefakt geisterjäger becher und ballon ich will auch ein becher und ballon ok ich glaube wir sehen von komisch aussehen aus wie aliens mit diesem komischen zeug so passen wir auf dann 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 da stehen wir geben jetzt mal hin ok da fangen wir erstmal ab dass wir mal ganz gut durchkommen hoffe ich zumindest dass wir da durchkommen liebe leute kommen wir auch aber ich glaube hier sind wir falsch ich packe hier alles ab das ist hier so müssen wir jetzt hin ok da vorne da ist diese riesengroße megawolke ne rambelt schon wieder alles vor allem ab rambeln hier ne rumble in der jungle gehen wir hier hin ok da habe ich ja schon begeistert geräusche wo gehen wir jetzt hin ok alles voller mauern müssen irgendwo müssen wir ja durch ne aber wo müssen wir durch freunde aber ich glaube der glitzschirm letzten mal entspricht das räder komplett hängen geblieben ist das gibt es nicht mehr das ist glaube ich jetzt durch so genau wir sprengen uns jetzt hier mal den weg frei oh moment da ist schleim dann müssen wir auf jeden Fall ganz kurz mal hier ein bisschen putzen ich bin dann der mega cleaner ne das habt ihr im laufe dieses spiels mitgekriegt wenn das spiel geht es nicht I am blotten Schleim in your hand oh no ein glüften Schleim in your hand wieso krieg ich das nicht weg hier boah ist ja so widerspänzig der Schleim ich krieg den nicht weg jetzt ist er weg ok dann geh ich wieder auf meine andere Waffe ok wir gehen mal hier weiter da heult einer da gehört da hat einer geheult da war eine Frau ganz bitterlich warte mal geh ich mal ganz kurz rein mal gucken wie der so rass abrammelt ist im Moment hallo meine Halle Segen ist bald wieder gut hallo hallo ich komm nicht ich weiß nicht wer hier rumbrommelt na gut dann gehen wir mal weiter pke mit davon schon wieder ein Artefakt schon wieder ein Artefakt ok ok komm 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 ja aber den hier mit dem pke mit das ist immer so tierisch langsam ist voll am abrammeln guckt euch das mal an aber ah was ist das steinengelkopf schluchze schluchze und jammert ja stimmt ja ganz 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 das ist mir sehr nahe gegangen das auf jeden fall muss ich das sagen das ist ganz schrecklich das gehen wir hier weiter dann ist mir ganz ganz ok okay wir müssen uns gehen wir gehen hier weg man sieht nicht so aus dass wir ihn weggelegen kommt da durchgeführt und nicht durch ich bin voll am abrammeln in meinem pet ist total am abrammeln da kommen wir nicht durch lass mich raus lass mich raus so hier den baum können wir wohl nicht wegschmelzen müssen wir wahrscheinlich außen rum gehen ok hm 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 m hm 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 papier Also die Sensenmänner finde ich schon cool, muss ich sagen, ne? Die haben echt was, was, was sehr mystisches. Sollen wir schießen? Bumm. Was? Loch, Loch? Ich will ja kein Loch. Ja, links von mir, Alter. Ich kann nur... Oh, den hätte ich gehabt. Scheiße, den hätte ich gehabt. Komm, den schmettern wir mal. Ray ist eine Falle aufgestellt. Ja, Loser, Loser. Falle, Falle, Falle. Moment, X. Ich muss eine Falle aufstellen. Moment, wo ist... Da ist Falle. So, wo ist der? Du bist ja Onkel jetzt. Pass mal auf, Kollege. Boah, diese Grabsteine. Scheiße. Moment, da kommt noch mehr. Ja, pass mal auf. Okay, Ray hat eine Falle aufgestellt. Da nehme ich die mal wieder auf. Okay. Verdammt, du gehst mir langsam auf den Senkelray. Wo ist die Falle? Wie Falle? Im Kasten? Wo im Kasten? Alter! Oh, dieser Scheiß Grabsteine. Verdammt, der Lundin, lasst mich in Ruhe. Ich habe doch nichts getan. Ich kann doch nichts dafür, dass ich kleiner Geist. Boah, Mensch, hier kann man doch nicht mal 10 Sekunden in Ruhe irgendwie ohne. Ich muss wahrscheinlich wieder in ein Schleimloch. Pass auf, okay? Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ah, nein, 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 nein. Dreh dich um. Ja, dreh dich um, dreh dich um. Mach hier, mach da. Das ist unglaublich. Ja, ja, mein Ziel. Da, links von dir. Links von dir. Achte auf dein Ziel. Lalalala. Achte auf dein Ziel, denn dann gehst du mit dir. Das war nicht nett. Ja, pass mal auf, Ray. Ich kann das nicht ändern. Das ist, den Walleich noch mal ganz bisschen weg. Okay, pass mal auf. Nein, falscher Knopf. Hallo. Äh, Moment, ich muss das hier erstmal... Wenn du diese Dinger nicht dicht machst, Ray, weißt du genau, ne? Der Dreck hat sich erwischt. Pass mal auf. Ah, pass mal auf. Okay, okay, okay. Äh, äh, äh. Augen nach oben. Treten im Rudel auf. Okay, jetzt schmittern. Hast du jetzt eine Falle? Ray, wo ist deine Falle? Wo ist deine Falle? Ray. Fuck, ist eigentlich wieder verloren. Aber der hängt da irgendwie fest. Okay, jetzt, jetzt, hast du eine Falle? Ray, wo ist die Falle? Ray, Falle. Falle. Ray, wo ist deine Falle? Ja, bis Pittsburgh, wo ist deine Falle? Ich will eine Falle, nicht in Pittsburgh, sondern hier, Alter. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Ich habe sie gesehen. Okay, dann. Kannst du sie ganz nah ran gucken? Ja, ja, ganz nah ran. Ja, hier ist die Falle. Und rein, und rein, und rein. Dann, die Wapp, wie wunderbar. Ja, Kamera dabei. Was ist denn mit der Kamera hier? Bisschen wir auf. Ich nehme den Scheiß schon auf. Warst du keine Kamera, Kollege? Guter Anfang. Ja, guter Anfang. Ja, da ist die Falle. Komm, hier, Kollege, Kollege, Kollege. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Entlüften, entlüften, wo ist er, wo ist er? Wo ist der Typ? Hey. Hey, wo bist du? Oh, da ist er. Bevor ihr recht wieder aufsteht, ihr Penner, ne? Aber wo ist der Typ? Rechts. Okay. Das macht ihn. Pass auf, okay? Ja, von wegen, pass auf, pass auf. Immer pass auf. Ich kann nicht immer nur aufpassen. Das ist, das ist unter, unter meiner Würde. Unter meinem Gebot. Aber wo geht? Ich glaube, er sitzt hinter der Gegend. Ich bin doch in deinem Team. Boah, Ray, geh mir nicht auf den Senkel. Du weißt, ich bin ein Fan von dir, aber... Sie nach hinten. Da rechts. Rechts, ja. Hinten rechts kannst du dich mal entscheiden. Okay, da habe ich ihn, da habe ich ihn, da habe ich ihn. Wem hast du es besagt? Ja, ich muss ihn aber noch reinkriegen. Wo ist er? Äh, ist schon wieder weg. Der ist schon weg. Für dich! So, komm, 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 komm. Ja, 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 rein, 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 rein. Und dazu! Alter, das war ziemlich krass hier alles, ne? Ray, was jetzt? Oh, jetzt ist alles am Rambeln, jetzt ist alles... Guck mal, wie... Ich meine, die leuchten ja schön, die sind. Also, diese Einschussstellen, ne? Aber alles hier am Abrambeln und ich, äh... Ich mach' einen vollständigen Scan. Pass mal auf, ich will das hier nicht scannen. Ich will das hier nicht scannen, ich will hier schießen. Na, alle gescannt kriegen wir eh nicht. So, pass mal auf, wir gehen Ray mal einfach nach. Oh! Das ist ja praktisch. Ray, wusstest du das? Das ist ja praktisch, praktische Sache, das? Jetzt guckt euch mal den Scheiß da oben an vorne. Das ist doch nicht normal, oder? Ihr gebt doch zu, dass das nicht normal ist. Okay, wir gehen Ray mal hinterher. Such einen Weg durch ein Krypte. Alles klar, Youngster. Deine Show. Meine Show geht. Alles meine Show. Okay, wir haben uns kurz hier den PKE. Meine Show. Ist ja irgendwas, was nicht meine Show ist. Ich bin 90% der Show-Macher für alle. Ich mach' den PKE-Meter. Wir würden es ja so scheißen langsam mit dem PKE-Meter. Das ist unglaublich. Hier scheint es falsch zu sein. Da hat mir Eule gehault. Ich hab's ganz deutlich gehört. Hey? Oh Gott, es rammelt schon wieder. Mein Pad ist immer voll im Abrambel. Und ich krieg' ihn mal. Oh, oh, oh. Sind wir die weggeschossen? Die sehen aber gemein aus. Guck' euch das mal an, Freunde. Wowi, daui. Alles voller Totenküttel. Das ist ganz schrecklich. Wir müssen ja auf jeden Fall weitermachen. Allerdings in der nächsten Folge. Ihr wisst, ihr kennt das Spielchen. Ich sag' es erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und du musst tiefer in den Friedhof hineingelangen. Such nach deinem Medikritten. Liebe Leute, macht es gut. Und euer Gasterjäger 45 Friedhofs-Schänder. Ich glaube ich h relativ schnell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.